Ja, dann war es irgendwie weg eben. Janina singt jetzt was. Meine Frau guckt immer noch Harry Potter, aber wie gesagt, ja, auf jeden Fall singt Janina was. Janina? Genau, ja. Und singt was von Silbermond. Finde ich auch schön. Silbermond ist cool. Leichtes Gepäck. Ob sie damit leichtes Gepäck hat bei der DSDS Jury, das werden wir noch sehen. Aber ich gucke mir auf jeden Fall alle Trailer-Videos an, auch auf rtl.de.